Ja, moin nochmal. Streamfix hier. Wie ihr seht, ich habe hier nochmal dieses hübsche Bild hier rausgesucht. Ja, es geht heute mal wieder um Missbrauch. Um Medikamentenmissbrauch, könnte man da auch so sagen. Unsere liebe Frau Birella hat heute wohl ihrer lieben Mutti ein paar Medikamente gegeben. Also einfach mal auf gut will oder so, könnte man sagen. Wir können uns das hier mal anschauen. Und zwar hier. Hier haben wir was ganz niedliches. Und zwar wirklich niedliches. Ich mache das mal da oben. Braucht man nicht unbedingt. So, machen wir mal ein bisschen grey. Ach Gott, ne. Bis dahin. Und dann machen wir mal ein bisschen größer. Hier ziehen wir mal auf die ganze Seite hoch. Eine gewisse Nancy hat mit einer gewissen anderen Person geschrieben. Und dieser Person wurde mitgeteilt, dass Frau Birella, ihrer Mutter, die ohnehin schon Blutdruckmittel und andere Sachen nimmt, Zanax 0,5 Milligramm gegeben hat und dann noch so ein paar andere Sachen, so wie, Moment, ich muss jetzt erstmal, ach Mensch, ich werde doch immer älter. Zanax 0,5 Milligramm, Quentipins 25 Milligramm und Zyprexat 20 Milligramm. Das ist schon, könnte man schon Drogencocktail nennen oder auch versuchten Mord. Das ist aber nur meine Aussage. Auf jeden Fall hat wohl Frau Birella hier richtig Mist gebaut. Daraufhin wurde hier das besprochen. Es wurde ein Arzt angerufen und zwar Dr. Weber. Das ist der Arzt, der heute tatsächlich in Puchberg und Umgebung Notdienst hat, wurde verständigt. Ihre Mama soll wohl angeblich, das ist noch nicht bestätigt, könnte aber heute im Laufe des Tages noch bestätigt werden, von den Notärzten mitgenommen. Das hier war so die erste Mitteilung, die ich heute erhalten habe. Ich habe aber noch eine erhalten heute, die das Ganze zumindest annähernd für glaubhaft ausgeben kann. Ich nehme mal die zweite auch nochmal mit rein. Hier haben wir also die zweite WhatsApp Nachricht, sage ich mal so. Wo es dann tatsächlich auch, selbe Wortlaut, alles, nur hier ist es ein anderer Absender. Daher sind beide eigentlich ganz eindeutig echt, zumindest diese Nachrichten, dass Frau Birella ihre Mama so ein bisschen einen echt üblen Cocktail gegeben hat. Ich weiß nicht, Frau Birella, was das soll. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, was Sie sich dabei gedacht haben. Sie haben doch felsenfest gesagt, dass Sie kein Zahnachs mehr besitzen, dass Sie auch kein Zahnachs nehmen, dass Sie auch kein irgendwo anderes gelagertes Arzneimittel überhaupt noch nehmen würden. Das war doch Ihre Aussage. Quintiapin und Zyprexar. Ich habe noch nicht nachgeschlagen, ehrlich gesagt, was die beiden Medikamente verursachen oder machen können. Deshalb, ich bitte jeden, unten hier mal ein bisschen was reinzuschreiben. Aber Frau Birella, das ist doch wohl nicht ganz Ihr Ernst. Wollen Sie jetzt tatsächlich Ihre Mutter, die laut Ihrer Aussage immer zu Ihnen gehalten hat, tatsächlich solch einen Cocktail, haben Sie das tatsächlich getan? Ich kann es eigentlich nicht fassen. Sollte es tatsächlich so sein? Ich weiß es ja nicht, ich kriege auch nur die Infos und verarbeite die dementsprechend. Sollte es aber tatsächlich so sein, weil ich auch noch von einer gewissen Person eine Sprachnachricht bekommen habe, die diese Meldung quasi bestätigt, die ich aber hier nicht frei äußern kann, nicht frei hochladen kann. Ist es aber so, dass wenn Sie das tatsächlich getan haben, dann ist das Körperverletzung. Das ist dann eine Straftat. Ich hoffe, dass Ihre Mutter rechtzeitig aufgefunden wurde oder aufgefunden wird. Auch von den dementsprechenden Behörden gleich mitgenommen. Ab ins Krankenhaus gebracht. Ich hoffe, dass dieser Dr. Weber dementsprechend gehandelt hat. Das kann ich nur hoffen. Aber, naja, für Ihre Mutter trotzdem alles Gute und nur die besten Wünsche. Falls es was Neues gibt, werde ich mich auf jeden Fall heute nochmal melden. Bis dahin, Frau Birella. Mal schauen, was mit Ihnen passiert. Ciao, ciao. Euer kleiner Streamtix. Ciao, ciao. Ciao, ciao.